Die Sängerin Adele gibt der Öffentlichkeit nur selten einen Einblick in ihr Privatleben. Doch nun postete die 32-Jährige ein paar Bilder auf Instagram, die beweisen, wie gut es ihr geht. In ihrem Wohnzimmer schien die Someone Like You-Interpretin eine kleine Privatparty zu feiern, indem sie ihren Auftritt auf dem Glastonbury Festival 2016 nochmal Revue passieren ließ. Zu ihren Schnappschüssen schrieb die Britin, Irgendwann schienen auch die Schlabberhose und das T-Shirt weichen zu müssen, um im Bühnenoutfit von damals gebührend ihre Performance zu würdigen. Hier fällt direkt wieder auf, Adele hat ziemlich viel Gewicht verloren und das Kleid hängt eher schlapp an ihr herunter. Die Fotos scheinen zudem nicht nur den Fans der Musikerin zu gefallen. Rapper Skepta schrieb, Das kommentierte Adele lediglich mit zwei Emojis. Schon seit Ende September 2019 kursieren Gerüchte, die besagen, dass die beiden ein Paar wären. Was dahinter steckt, ist nicht bekannt. Zumindest wird diese Vermutung mit den Kommentaren der beiden nur weiter befeuert.